Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA Online. Heute mit dabei der Gabax, der Mr. Helm, der Onkel, und der Rewano. Ja, hallo. So, neue Runde, neues Glück. Können wir jetzt töten? Irgendjemand hat schon wieder ihr Flugzeugrennen ausgelegt. Och man, ich wäre auch mal gewinnen. Ich kann nichts dafür. Dreieck musst du drücken. Zum Aussteigen in der Luft. Volle Düse. Volle Düse. Will danach auf jeden Fall töten. Genau, wir machen jetzt hier volle Düse und danach machen wir mal wieder Deathmatch. Was für Flugzeuge sind das? 8 Jets? Okay, Deathmatch. Wir haben nur eine zur Auswahl. Fortsetzen. Okay, aber, ach so, stopp. Haben wir jetzt die Waffen? Hab ich die Waffen ausgeschalten? Ach, hab ich das jetzt gar nicht. Sollen wir es an? Wenn nicht, dann wird es spaßig. Oh, hoffentlich hab ich das ausgeschalten. Ey, hab das jetzt gar nicht drauf gehabt. Ich bin bereit. Scheiße. Ich hab das nicht. Ich hab das nicht. Oh ja, du. Ey, das geil ist. Ich bin schon in der Luft. Hab schon mal Glück. Wo sind denn die Raketen? Ich hab keine. Ich hab mich extra da hinten fallen lassen. Oh. Wo bist du denn? Oh, ab da. Ey, der Krampf. Wer hat denn da jetzt geschossen? Ich denke, hier gibt's keine Raketen. Chris hat dich erlebt. Alter, hier wurde aufgeballert. Oh, von dem Loch halt. Aber ich hab doch getroffen. Onkel, weißt du, der Onkel, der sagt, er hat keine Waffen. Er hat keine Waffen. Er ballert alle ab. Das hab ich überhaupt nicht gesagt. Gabax hat gesagt, er hat keine Waffen. Wow. Scheiße, selbst zu machen. Ja, und welcher Knopf ist denn Bum-Bum? Äh. Oh Scheiße, das ist schon schwer genug zu fliegen. Da ballert ihr ihn ab. Ich bin jetzt, wenn ich ja schon mal abgefasst. Respawn. Wo ist denn jetzt hier eigentlich, äh, Waffen wechseln? Das Ding ist total empfindlich, das Ding. Mann, leck mich doch. Kommst du nicht mal zu uns. Onkel. Das war Helm. Das war Helm. Der Quiz-Play hat mich gerammt. Der Quiz-Play. War das jetzt? War das jetzt? Was? Das ist jetzt Helm, ja. 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 Ob da mit deiner Scheiß-Rakete, maaann. Könnt ihr jetzt mal aufhören? Aua. Alter. Alle Tote. Ist äh, ist er der Künstler, ey. Papa Helm hat mich abgeschossen. Danke Helm. War die Rache, oder? Ja, gesehn. Oh, fuck. Da habe ich eine erschossen. Was für eine Scheiße. Boah, ich bin schon wieder tot. Natürlich schieße ich. Ich werde erschossen. Ist klar. Nein, ihr schießt, sagt der. Leck mich. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Welche geht es eigentlich? Welcher Asi hat mich erschossen? Ja, ich bin weit weg von... Mensch, bitte komm nicht weg. Oh, 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 oh. Ich komm nicht durch die erste Kurve, ne? Ne, ich komm nicht durch die erste Kurve, ne? Ne, ich komm nicht durch die Kurve. Ne, ich komm nicht durch die Kurve. Oh, nein, ist das geil. Oh, nein, ist das geil. Oh, du Drecksack. Und wieder der Quizplay. Und wieder der Quizplay. Wenn du anfängst, du hast das erste... Ich mach doch gar nichts. Das erste Mal, du hast mich gerammt. Oh, Mann. Nein. Oh, ich werde hier nur abgeballert, ey. Oh. Ich hab Selbstmord gemacht. Mann, der wird nur abgeballert. Ich wurde abgeschossen. Ich wurde abgeschossen. Nur Dusewarnung. Der ist Selbstmord. Ist nur so weit vorne. Oh, der weiß ich nicht. Ich hab hier grad schon wieder anvisiert. Oh, fuck. Ich hab die Selbstmord begangen als für. Ich hab' geschlossen. Nein, 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 nein. Hier, wir gucken, wir mal jetzt abschieben. Ich mach's was. Ja, es kann's gleich erwischen. Hm, ich hab' nur mal grad was dazu. Hm, ich hab' nur mal 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 was dazu. Das hat Funktionen. Mit einem Flügel zu fliegen. Ja, damit du schneller bist. Ja, geh' ich besser, geh' ich besser. Die Kurve. Hm, ich hab' nur eine. Mann, wie soll man denn den ersten jetzt noch kriegen? Das ist doch. Du kannst keine Raketen nach vorne schießen. Boah, Papa! Ich seh' ja. Doch, Papa, help! Was denn? 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 Mit der Rakete? Ja, das hat ja gut geklappt. Ja, das hat ja gut geklappt. Ja, das hat ja gut geklappt. Langsam schon boh' noch raus. Jetzt könnte ich sogar fliegen. Aber jetzt werde ich ja dann fangen. Das ist jetzt nicht, dass das so rum eiert. Nö, im Düsenflugzeug ist nicht windig. Kannst du immer raus? Ja. Ja. Alter, jetzt hat mich ein Baum gemopst. 1.000 Zoll schon Kilometer, aber die Frisur, ey. 1.000 Zoll schon Kilometer, aber die Frisur, ey. Oh. Krieg den Onkel da nicht mehr davor. Das weißt du doch, dass die in der Frühprüfung, äh. Das wirst du Platz. Also, wenn du musst, dann lagst du gerade. Den Jacks und lagst du gerade gerade. Ich seh' ihn immer, aber irgendwie kommen nicht näher. Natürlich nicht. Alles selbe Geschwindigkeit. Du musst einfach mal quälen beim Berg fliegen und ihn abknallen. Ja, dann brauche ich ja... Ja, ist klar! Ich flieg durch diesen scheiß Ring und der zählt nicht. Was ist das denn für ein Rotz, ey? Ja, ihr knallt euch jetzt auch gar nicht mehr gegenüber die Abwehr, weil... Tja, alle so weit auseinander sind. Ja, ja. Die Raketen haben keine Lust so weit zu fliegen. Nö, ich nehm nur Nahe Ziele. Ja, genau. Das hättest du nicht machen dürfen. Oh nein! Ich bin gelandet im Fluss. Ich bin gelandet im Fluss. Ich wollte nur ein Stück trinken. Nein! Das hättest du nicht machen dürfen. Das hättest du nicht machen sollen. Ich bin extra am Looping, aber plötzlich hinter dir. Nun hast du mich schon. Ich hab' auch versucht. Ich hab' auch versucht, aber leider nicht. Ich hab' auch versucht. Guck' mal F. Ist das so ein Booster? Ja, ja. Ich hab' auch. ein Seitengeschütz. Also schön aus Hubschrauber rausgefahren. Ja, ja. Du sollst nur das Seitengeschütz bedienen. Nicht mit dem Seitengeschütz rausspringen. Ja, ja. Wurde ist voll langweilig. Ja, ja. Also ich mach' etappenweise. 200 Kilometer land ich kurz. Ich steig' da wieder neu ein. Oh, ich hab' die Runde geschafft. Die erste. Klasse. Wow! Oh Gott, ey. Hier kann man die Waffe umschalten. Ach nein, ich flieg' gegenfällig. Oh, das macht mich dann. Vielleicht werde ich vom ersten abgeballert wieder. Ja. Ja. Aus Versehen. Abgeschnitten. Baller jetzt einfach mal rum. Vielleicht treffe ich ja gar nichts. Fußmüssel zu. Am anderen Ende der Map. Über Mario Kart, ne. Da gibt's auch solche. Adios Muchacho. Wolltest du dich beschießen? Der Helm hat's raus. Ja. Der Helm hat's raus. Der Helm ist der Bruchpilot, ja. Ja, von wegen. Der Helm war hinter mir. Der wollte mich beschießen. Daniel Düsentrieb, ne. Dann hab ich mal eben hochgezogen und hab' ich wieder abgeknallt. Nein. Doch. Der hat das gleiche gemacht, was Christoph. Langsam komm' ich aber auch hier der Sache näher aus. Und langsam hab' ich auch den Jazz unter Kontrolle. Na ja. Gar nicht. Na ja. Ich bin noch nicht abgestürzt. Noch leb' ich. Nein, geh rein da in das Loch. Danke. Stoff, ne. Jetzt nicht mal mehr eine Sichtweite. Nur wegen Onkel. Ich könnte die jetzt mal einfach links abdrehen und mal abkühlen. Ein bisschen Action reinbringen. Ich bin noch mal ein Achtem sí мы nochmal weiter провер. dududududududzu. Sahans cass? Sabot Jon? D врем, so wo wir dran. Ja, langsam hab' ich raus. Selb's mit der Scheiße, hast du da Tu. Ohne T3-Gastrik. Geh Mason due. Da mag ich's schon mal. Ohne T3-Gastrik. Ja genau. Stich. ich habe gedacht du kommst noch mal aber ich bin doch schon aber ich komme klar bis jetzt bin ich nicht mehr abgestürzt aber ich komme klar ja so langsam wird es was ich habe eine auszeichnung gekriegt wie viel 12 9 8 ja wie weit denn noch nein Zeit ich will noch mehr komm komm Zeit Uhr Zeit was ist denn los reiß die zusammen Uhr reiß die zusammen Uhr aussteigen jetzt hier oh dritter immer beendet stand da immer beendet Warno möchtest du doch bald mal hier so eine Auszeichnung kriegen ne ich habe vorhin ja auch ne Autorenne habe ich ja vorhin geschafft also das passt jetzt möchte ich ein bisschen töten wenn keinster Ausweis steht kann man als Kinds nehmen aktualisieren ja genau nein nein aktualisieren da kriegt man ja XP Punkte du bist bewerten Hubschrauber um Gottes Willen nein das ist alles nur Rollfeld ein Hubschrauber da ist keins dabei aber was ist denn das hier Last Team Standing ist auch nicht schlecht komm mit Panzern das keine Ahnung was das für die Hauptsache Panzer Pantor wenn es mich wärmer wird die Bitte an den Katze dünnen bitte an den Läden in den Kurs Bläden Hahahaha warum und du hast es nämlich das Gefühl nicht dass es so genau heißt oh wie dann der Onkel wird eingestellt leichte Panzerung ja leichte Panzerung für den Panzer überleben der Büsse geht es nur darum ja genau das ist eine Aluminio Platte ja gut Last Team Standing also sind wir jetzt zwei Teams und wer als letztes überlebt hat oder was ja ähm Gameshaker ok wer ist alles in Team 2 ich will nicht mit Rivano krass du Penner alter ich will nicht wer weiß ich bin jetzt nur mit Rivano ich bin ein eigenes Team zack ok ok dann wette ich mal auf das andere Team warum seid ihr Gamers Check LP wie kann man denn warum seid ihr Team Gamers Check LP das gibt's doch nicht das gibt's doch nicht danke ok also jetzt Panzer ne oder doch egal was einfach ballern weil sonst nehm ich wieder Tastatur weißt du ja ich nehm auch Panzer ne Panzer ist es P-P-P-P-P-Panzer schlag ein Mann das ist ja World of Tanks oder was und jetzt ok wir können doch zusammen ein Panzer aber ne das ist Quatsch ne ab geht aber auch jetzt aber nicht mehr to 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 kann ich denn hier schießen klickst klick ok da hinten kommt schon einer so ein Drecksack den machen wir direkt mal platt hier wer seid ihr denn alter hm ne wir kommen drüber über ne Bahn schießen oh ich will dich nicht rammen ich hab keinen Bock auf Schaden da kommt was übern Dorf hier größer ich hab mein Treckerhumpel hier ich hab mein Treckerhumpel hier ach sie schießen da alles ne warum trifft ich muss steigen und BB fahren und BB fahren ist klar ey wie oft hab ich dich denn jetzt hier zerfetzt hab ich den Junge oh ich wurde dann von der Seite gepallert 3 du wirst wer wer ist ich schieb doch ja du ballerst grad auf mich und gesagt aber ist ok ne ich weiß nicht was ich weiß nicht was ich ne Papa Helm alter der hat nen Panzer der hat nen Panzerführer schein gemacht heimlich ja genau komm Helm zu beruhig das war's schon Aua noch Fragen das kann man dann noch Fragen jetzt wisst du warum Helm heißt ja ja der Panzerhelm normal wir haben den Panzer angefangen wir will nen Rehmatch ein Rehmatch das hat mir gefallen das war kein Thema das war schon mal gut ne ich hab nicht mal eins zu Gesicht bekommen das war GTA das war GTA mein Schatz du hast Beine wie ein Reh zwar nicht so dünn aber dafür so behaart mhm lecker so so ist doch schön sowas zu Valentinstag und jetzt schränke ich mal ein bisschen an ja ja ich hab einen erledigt da gibt's auch ein Helikopter ich auch ich hab Chris Play erledigt ne hab ich erledigt geil ich nehme Helikopter da tatsächlich Platz da da ja das stand eh jo erledigt willst du fliegen me 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 x4 ich hab kein Helikopf wir haben auch einen wir müssen den Kauf an das Taken Ne ich weiß ich Neredse Intervention 3 thers geschehen ja ich habe nämlich das Gefühl dass sie mir abgeballert wird und vorwarten nun wo runter ist klar direkt loslegen es ist nicht mal so weit noch ich lenke ab und ihr unten und es sehr einfach von allein ich bleibe auch noch stehen in der Luft das ist auf jeden fall nicht meins und ich muss den Gabax vom Himmel holen man hätte ich doch mal besser hier das Luftgewehr mitgenommen ich kann meine Kanone gar nicht so hoch los heilen den Drogendruck tot oder was scheiße das ist Fekta Fekta auch mit Fekta die Welt die Gestütung der Blase hoch wenn die Scheiße Lohmann ist das wird auch nicht zu schießen aber der Gabaxer fliegt immer über mir das Schraubbäer aber das hätten sie wenigstens die Verlösen können wir haben die ganzen wir haben nur die harten gar nicht wenn wir ihn platt gemacht wir hatten ja doch das steht dahinter eine reihe von Pansern hatten wir nein die haben sich hinter den Panzern stehen die genau da habt ihr überall Jets na super hast du nicht gesehen diese kleinen Modell Jets diese ganz kleinen ja Rewano nur wegen Rewano Rewano ist schon gewonnen wieso ich hab doch einen runter geholt schon wieder siehst du doch das wollen wir nicht wissen während dem Spiel machst habt ihr nicht gespürt wie ich mich gefreut hab beim Zocken wir warum sollen wir das gespürt haben so ein Graschen jetzt sag doch immer warte mal warte mal ich war noch nicht so weit ich war noch nicht so weit deswegen kommt es immer so ah alles klar ok machen wir aktualisieren ja ich will es töten mit Männchen will ich töten ja nehmen wir Zorn oder der Zorn ist heiß der Preis ist kalt nehmen wir aber Paletto Wies Mama oder Papa Running Back bei mir steht immer Running Back der will mich wohl fangen ja das ist nur Werbung aber wir machen normales Deathmatch ja ja da steht nur bei dir Running Back ist klar Running Back ist der Witz der Woche jedes Ding ist Running Back ist klar doch du könntest das auch beenden mit der Dreiecktaste nein ich hab jeder gegen die Dreiecktaste Team Deathmatch für die Schwachsinn ja es ist aber trotzdem wenn du dich noch einbauen die Dreiecktaste ich hab die Tastatur ja ich hab die Tastatur gehst du mal hier nach Mediamarkt ey Leute ich hab mich beschissen du hast kein Dreieck aber warum geh ich nicht hin verstehe ich nicht verstehe ich nicht warum gehst du nicht in Mediamarkt bereit oder ins Mediamarkt so jetzt seid aber dran der geht an Mediamarkt vorbei dann geht hinter Mediamarkt lass mal gerne was ja ne sollen sie mal was ist denn jetzt wieder kaputt gegangen was ist denn jetzt jede gegen jeden oder was yes ja yes oh mein Gott ey yes yes ja okay was hat er jetzt ja gesagt hat es auch losblech gewesen rufen 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 Geh weg Helm 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 dann stirbst du nicht Kollege was schrei mich nicht an hehehe ach Gott ich hab aufs Auto geschossen ich wollte dich übersteckte da kommt jetzt einer angefangen ja jetzt von hinten oder was ne von vorne ich hab da wieder ab wo ich kaum Energie ab BAM Junge hehehe what's up was ne kommt von dir ja komm ey lass mich doch mal rein ach komm ey das wort der hier hinter mir ne du bist zum Vorbeigerand blind liegen hehehe boah scheiße aber jetzt klaut der mir den Kill der war der Papa Helm der hat mir dritten ihn gelegt hier weiß ich bin drauf gelaufen da stand dann guck mal und dann guck mal und guck nicht auf die Karte oh Alter bin ich jetzt erschrocken hehehe Mist oh mann alter wie kann das sein dass du auf einmal Pummi stößt also hier fahren wir beim Auto hier sonst wie ja ich hab ne Waffe aufgehoben und die ist ich hab's ja nicht ja hier sind immer über Waffen abgebildet aber ich kann die nie aufheben verstehe ich nicht ich auch nicht machst du denn klar hehehehe guck mal der rastet aus hier ey hoaab und schießt die auf den Fahrer ich bin der Transporter ja der fahrt nicht mit dem Fahrer auf den Fahrer schießt ah der Papa Helm alter der fahrt nicht auf den Fahrer schießt der fahrt nicht auf den Fahrer schießt hehehe Aua wenn ich hier mal so gut wär wenn ich mal bei Rainbow Six so gut wär wie hier hehehehe ja wo denn aah ja ich kann ihn nirgendwo geh doch mal weg du blödes Haus oh und ich treff den aah du Sack ey ich wollt grad äh wollt grad ausholen ach der Sniper ja guck mal der ey Leute der Onkel der Snipert Oma vom vom jaa der hat sich wieder hingelegt da oben naja mit seinem ultimativen Snipergewehr aah so ein Cheater ich find das immer so cool wenn du den Chris nicht abschießt hehehehe die Geräusche aah uuh Onkel an die Wand auf damit alter ne 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 oah mitten ins Face oah okay 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 du bist du hast die Sau aua mann wo bin ich denn jetzt hier Headshot absteu ich hab die ganze Zeit im Onkel gekämpft dann kommt der Friere und sagt Headshot ja fuhu hinter mir oder nicht nachladen oh nein wie kann man die Waffe wechseln es macht so einen Spaß es macht so einen Spaß den Chris abzubauen da hab ich nichts verstanden du Maus scrollen du Maus scrollen oah du Drecksack ey nach oben scrollen dabei hab ich dich schon einmal dieses Jet gehabt alter lass mich doch mal in Ruhe jetzt uah uah alter Hecky 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 ja No Damage No Damage Oah Yo der hat sich als Zebra Ja der der Helm hat sich als Zebra ja als Zebra getan ohne wir kurz grad füttern weißt du und dann auf einmal ne ne ich quag nicht ist das echt Quatscher Der Kopf auf mich zugelauft, Pollo Pollo. Aber gut. Ich wollte das Zebra gerade füttern, dann fährt er gerade auf mich zu schießen. Ist das bescheuert. Boah, ich kann nicht mehr. Hey. Wird nicht gefahren. Ich wollte aber. Warte mal, ich hab doch gar keine Munition mehr, Mensch. Doch nicht. Ist klar, ich hab gar keine Munition mehr. Kommt um der Ecke und gibt mir ein Handy, ey. Der hat mit der Hülse geworfen, oder? Ich kann nicht mehr spielen. Der hat dir die Hülse in den Kopf geworfen, ey. Das ist aber schön, dass ich dich so amüsiere. Da ist ein Rivano und ein Onkel. Was, ein Rivano auch noch? Oder ein Rivanos Onkel? Warum kann ich denn nicht hier schießen? Alter, wieso? Wer ist das? Der Onkel? Wo hast du denn wer eingeschossen? Unter dem Auto, oder was? Er hat doch gesagt, da ist ein Rivano und ein Onkel. Ja. Da ist ja geguckt, ne was? Au! Au! Noch leckt mich da. Mann, ich will auch mal einen töten. Niederlageserie, genau. Niederlageserie, genau. Niederlageserie, genau. Niederlageserie, genau. Das gibt's? Ja, ja, nur bei mir hier. Woh! Da hat er mich pulverisiert. Ja, wo sind die kleinen? Was war das? Wo gibt's denn jetzt hier Schrotflinten, Kollegen? Boah, ich nehme das dicke Gewehr, Alter. Die dickere Bitze. Die dickere Bitze. Alter, damit einmal. Hä? Ich habe gerade die Haubitze eingeladen? Nö, will er nicht. Wurde denn die Freundin auch immer genannt, ne? Nö, die Haubitze. Die Haubitze. Haubitze? Ja. Hä? Wo seid ihr denn? Ja. Ich meine, du tritt mich an. Scheißabstauber. Nein! Nein! Oh, das gibt's doch nicht! Ja! Ja! Der Mutantenschuss, Alter. Wo ist er denn? Vorsicht bissig. Vorsicht bissig. Oh Mann, von allen Seiten wieder. Klöte. Was ist denn gewesen? Was ist denn hier noch? Ah, der dreht euch nicht um. Oh, der dreht nach, ey Idiot. Ich hab nicht mal was gedrückt, ey. Hab dich ausgelassen. Boah, bin ich erst trocken jetzt. Merkt ihr das? Wie ganz dreht der Helmet? Ja, der Helmet ist absolut. Der ist von der Killer, Alter. Der hat mich gerade so rote Augen so. Wie so ein Vampir, so. Töten, töten. Und ab und zu sagt er dann nochmal Hallo oder so. Das musste jetzt sein. Eis kalt steht da. Erledigt, ey. Oh nein, geh doch, geh doch hin. Ach, wie geht das denn? Ich brauch jetzt endlich mal ne vernünftige Waffe. Wie geht das? Was denn? Ein Hauen. Wie? Der Dreieck hast du. Wie? Mit einem Schuss. Nimm ihn aus dem Mund. Ich habe... Du hast die Kill-Serie von Quisplay getötet. Oh. Der Gabax, Alter. Da denkst du an nichts... Ey, da denkst du an nichts Blöses. Gehst du an den Gefischfeuer? Kommt der Gabax raus. Hallo. Ah, Mann. Abster Ober. Und der kack Gabax wieder. Ich hab hier nur nicht eine Waffe gefunden, ey. Boah, von der Seite oder was? Ich such auch die ganze Zeit den Granatwaffe. Hau ab da. Ich wollt doch grad mehr Energie holen. Da liegt eine. Nix da. Da liegt eine. Nimm sie auf. Ich hab ne Waffe. Ich hab ne Waffe. Ein Wunder. Alter. Weg. Ich hör schon wieder Silvester-Raketen hier. Shit. Ja an den. Ich muss hier weg! Ich muss hier weg! Ich muss hier weg! Nee, nee, nee , nee, nee nee, nee, nee Wait, nee, 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 nee. Nein, ich will mich verlieren. Ich kann nicht verlieren. Nein... Der Onkel, der halbe Terrorist ist auch schon wieder unterwegs. Die spawnen beide an derselben Stelle. Oh, 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 oh! Nee, 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 W- damit man nicht nur hier fahrrad ja ich so ein v v drücken f5 fv ok ok ja ich hab v gedrückt und hab ich umgefallen ach komm ey was ist denn da los der unglück ist schon mit der kugel sicher oh was ja genau ich hab so ne übelste gatelang und krieg ihn nicht tot damit ja ich kam von hinten und hab der den gegeben das ist ne weglang grenzenmann auszeichnen der kabachs ah von hinten der schweine der rivano von hinten und oder und von und auch noch von hinten das hättest aber wissen müssen das rivano von hinten ja aber alter als wollte ich wegrennen hast mir auch von hinten genommen was soll das mann und im Hinterkopf geschossen die nehmen sich gegenseitig von allen ja die richtige meuterei ist das hier au mein papa ist mittendrin ich lauf hier rum wie n depp ich lauf hier rum wie n depp wenn ich irgendwo angekommen bin ich da oh man ach komm wer war das gabaxus gabaxus da kann man sich gar nicht so schnell umdrehen wie er einen tötet ja ach und dann spawnen auch noch direkt vor ihm was ist denn los dann alter ja oh der kriegt den nicht dauernd jetzt muss er nachladen und dann ja er ist mit dem letzten schuss den er in den außer kriegt verdammt wo ist mein kleines zebra ja wo ist er denn der gabaxus schon wieder der hat schon wieder soviel ja genau gib mir einen one shot ach ist doch gar nicht wahr so wahr ach der quizplay war es ich wollte schon sagen ich hab die ganze Zeit auf den helm geschossen aber wollen wir mal kommen ach der liegt schon wieder leck mich doch weg schwein mach von hinten natürlich gabaxus ist so ein abstauber macht ihr doch auch ich fast gekriegt niemals wir haben uns am wenigsten erwartet ja genau das los da direkt neben mir oder was den von hinten haha schön trocken reingerammt alter das wird ja aber schlimmer gabax ja ja das hätt ich jetzt nicht von dir gesagt ja der sagt auch noch ich will mich doch so gut auskennen ich will nur die Cornflex aus dem Schrank holen ja nur die Cornflex beug dich mal kurz nach vorne heb die Seife auf aua wo jetzt man legt Onkel legt's hier neben mich he 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 es schläft schön aber die Kampfrolle krieg ich irgendwie nicht mehr welcher Drecksack einfach naja du hast geschnappt aber auch die muss ich denn das war ich noch nicht hier ich bin da ich bin gibt es dazu lachen dann ich bin 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 am Geschoss nein ja ist klar er Stift gar nicht Oh, durch das Auto mit dem Abgemurkst Nee, das war Gabax Größe, ich lese mich dann Nee, ich hab dich geduldet Du hast gewusst, den voll Schrot gepumpt und da drunter steht Gabax hat mich gekillt Das Drecksacken Der kam nicht vor hinten, ich dachte, der Gabax hat mich Das Drecksacken Wir haben die Dinger eine bestimmte Reihe Ich bin hinter dir hergelaufen, hab gepumpt wie ein Bekloppt Oh, was ist da los? Was ist da los? Da schieß ich doch dreimal daneben, weil du dich bewegt hast Ich wollte gerade sagen, Gabax bleibt nochmal stehen Dann gehen wir noch weiter hoch stellen Stirb jetzt, Gabax Geh du schon Gabax Gabax, hörst du jetzt mal auf? Gehst du jetzt tot? Oh man, jetzt kommt auch noch einer von der Seite, was denn geht? Allah, wer war das? Allah, Allah, der Onkel Ich weiß es nicht, der stoppt voll ab, der Onkel hier Was geht denn? Ah, das war der Mann mit der Turban Du kommst überhaupt nicht durch, toll Ja, bitte Der Onkel stirbt gar nicht, was ist denn los? Ne, der Onkel hat wieder Ey, ich durchsieb ihn mit Magazinen Ja, der Onkel ist clever, der holt sich das Maschinengewehr, weil der sich auskennt Und dann Und Westen und allen Scheiß Naja Der hat wieder den Level Oh, bin ich bespannt Ich hab nie Nein Vor mir statt in Latern, ich hab mit den Granaten, ich hab mit den Granaten, ich hab mit den Granaten in den Orten, die Laterne, die kam zurück Der war richtig, das war froh Ja! Nein! Der ausgehinde Dreck sagt, ey Komm, meine, ne, von der Seite der hat mich schon 8 mal gekillt der Dreck Sack gib mir die her erstmal hier schrubflinte sammeln du 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 fuck wurde gerade hinter das Ding ich wusste ich hatte nicht mehr viel oh der stirbt nicht ey ich habe scheiß Muni ich brauche unbedingt Waffen der ist gefährlich Gott sei Dank ey man ich erschieße ja alles den Zaun oh da kommt da kommt schon wieder das wilde Zebrausengebüsch raus wie ich habe ne Niederlageserie ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr keine Witze ich sehe nur wie die Zebrabeine über mich drüber laufen ich konnte mehr Mann wieso zielst du nicht du scheiß Schrotflinten Kopf Wahnsinn Mann ey ich hätte auch zielen sollen ja wo ist das denn oh was war das denn das aussieht als du das aussieht als du gestolpert hier 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 treff ich dich nicht oder was nein da ist der Neohelmer der auf den Neohelm Gottlike Gottmodus aktiviert oh Alter das hört nicht mehr auf ich komme die Welt Ich hab noch hier ne Farbkopfing geworfen, da steht er, da ist er, da. Boah, ich bin ja umgezingelt. Mann! Umgezingelt. Oh ne. Hutz! Ja, Fünfter! Yeah! Scheiße. Das ist Freude. Erledigen in den ersten 30 Sekunden einen Gegner, hab ich erfüllt. Okay dann, liebe Chrisplay. Ja, dann würde ich sagen, eine tolle Handbewegung und ja, wir verabschieden uns. Aus der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst Kommentare da und wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss! Tschüss!